Das Ziel der Hebeisen White Wings Hanau war es, irgendwie den Klassenerhalt in der Pro A zu schaffen. Acht Spiele vor Saisonende stehen die Hanauer auf Platz 12 der Tabelle und haben 8 Punkte Luft bis zu einem der beiden Abstiegsplätze. Der Underdog aus der Brüder-Krimstadt bringt mittlerweile auch Teams wie Gotha an den Rand der Niederlage und lässt so manchen Favoriten ziemlich alt aussehen. Wie kommt es zu der enormen Leistung der Hebeisen White Wings Hanau? Liegt es an den Spielern, dem Trainer oder was ist der Grund für diese hervorragende Leistung in den vergangenen Spielen? Aufsichtsratvorsitzender Harald Nickel schildert seine Sicht, wieso das Team aus der Goldschmiedestadt diese Leistung abrufen kann. Am Trainer, am Team, am Team Spirit. Wir haben Trainer, die Spieler besser machen und wir haben tolle Spieler, die besser gemacht werden wollten. Die Begeisterung in Hanau ist großartig und das trägt das Team. Um dem Ziel Klassenerhalt einen Schritt näher zu kommen muss, also ein Sieg gegen die ETB Wohnbau Baskets Essen eingefahren werden. Das Hinspiel konnte das Team von Simon Cote mit einem klaren 83 zu 62 für sich entscheiden. Zuerst einmal legten jedoch die Gäste vor. Paul Albrecht bringt durch einen Dreier seinen Team mit 6 zu 2 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten und Luke Loggs erzielt den ersten Dreier für sein Team. Simon Cote versucht sofort, sein Team weiter anzuspornen, um zu verhindern, dass die Gäste ihren Vorsprung weiter ausbauen können. Nur zwei Minuten später kann Josef Eichler das Spiel drehen und bringt sein Team mit 11 zu 8 in Führung. Das sollte dann auch der Wendepunkt in der Partie gewesen sein. Kurz vor Ende des ersten Viertels wirft Jonathan Mechner einen weiteren Dreier und bringt die Jungs aus der Goldschmiedestadt mit 27 zu 23 in Front. Im zweiten Viertel zeigten unter anderem Luke Loggs und Josef Eichler, dass auch sie eine starke Dreiermannschaft haben. Von den Gästen kam kaum bis gar nichts mehr, was dazu führte, dass die Hebeisenweidlings Hanau ihre Führung weiter ausbauen konnten. Nur noch 60 Sekunden auf der Uhr und es hielt keinen der Zuschauer mehr auf seinem Platz. Die Begeisterung für das Team aus der Goldschmiedestadt kennt keine Grenzen mehr und der Slogan Hanau bebt bringt die Stimmung hier in der Main-Kinzig-Halle auf den Punkt. Kurz darauf gingen die beiden Teams mit 55 zu 32 in die verdiente Halbzeitpause. Ist eine Dreierstarke Mannschaft der Schlüssel zum Erfolg oder reicht das alleine nicht aus? Diese Frage beantwortet uns Simon Coty. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste aus Essen stets bemüht, was aber bei einem so dominanten Gegner bei Weitem genügt. Wie Simon Coty schon sagte, genügt es nicht nur vorne die Dreier zu werfen, sondern man muss auch in der Defensive stark sein, um solche Spiele zu gewinnen, was sein Team auch in dieser Partie umzusetzen ist. Kurz vor Spielende kratzte das Team aus der Brüder-Krimstadt bereits an der 100er Marke. Miles Cartwright konnte in den letzten Sekunden der Partie noch zum 98 zu 76 Endstand erhöhen. Das Team von Head Coach Simon Coty ist dem Ziel Klassenerhalt wieder ein Stück näher gekommen. Was Simon Coty zu dieser überragenden Partie dem Ziel Klassenerhalt und ob er seine persönlichen Ziele, die er sich in seinem Team vor der Saison gesteckt hat, erreicht hat, das sagt er uns jetzt. I'm happy with this game. We played very hard for most of the game and we got a lot of help from a lot of players, so it was a step forward for us. We got better today. We are building it. It's getting better day by day. We still have room to grow and get better and build our culture even more, but it's come a long way since the first game. I think it's pretty safe. I think a win on Sunday would pretty much guarantee it. But, you know, we just need to focus on executing our game plan to win the game on Sunday and, you know, not worry about the big picture, I think.